Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu meinem 2000 Abonnenten Spezial. Boah, es ist geschafft. 2000 Abonnenten. Es ändert sich einiges auf meinem Kanal, aber bevor ich mal zu den Änderungen komme, möchte ich mich einfach mal ganz herzlich von meiner Seite aus bedanken. Ja, für die Leute, die noch nicht wissen, wie ich Real Life heiße, ich bin der Florian und bin Koch. Genau. Ähm, ja, der junge Zocker, es ändert sich viel. Meine eigene Wohnung ist auch schon greifbar. Äh, als ich mit YouTube angefangen habe, kann man wirklich sagen, war ich noch jung. War ganz am Anfang von meiner Kochprüfung, war Azubi-Auszubildender, hatte nicht mehr als meine 200 Euro im Monat. Und jetzt bin ich ausgelernt und habe endlich mal ein bisschen mehr Verdienst und kann mir jetzt auch eine eigene Wohnung leisten. Ja, ich habe mir eine neue Wohnung gekauft. Ähm, und zwar für 116.000 Euro. Diese 116.000 Euro bezahle ich als Kredit ab, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann meine eigene Zockerhöhle, wo ich dann, äh, meine Videos machen kann. Und, äh, ja. Hier ist das Internet nämlich nicht so gut. Ich wohne nämlich bei meiner Arbeit immer noch. Seit über vier Jahren wohne ich hier. Und das kannst du vergessen, das Internet ist totaler Schrott. Weil, man sieht ja, es ist nicht unbedingt atemberaubend. Besonders wenn ich mal Call of Duty spiele, ähm, habe ich meistens nur einen roten Strich. Das zeigt ja auch die Verbindungsgeschwindigkeit an. Na, auf jeden Fall, hey, ich habe 2000 Abonnenten und, äh, ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Wisst ihr, als ich angefangen habe mit YouTube, hätte ich das niemals für möglich gehalten, 2000 Abonnenten zu bekommen. 2000! Das ist mehr als hier in meinem Dorf wohnen, wo ich lebe. Und das finde ich einfach krass, ganz ehrlich. Ich stelle mir das Bildlich immer vor. 2000 Menschen vor mir, die meinen Kanal abonniert haben. Unglaublich. Hammer. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Im Januar hatte ich noch unter 900. Und jetzt ist Dezember und es sind schon über 2000 Abonnenten. Boah. Dafür kann ich nur Danke sagen. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, eigentlich. Ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Ich könnte jetzt natürlich euch allen 1000 Euro schenken. Aber das Problem ist ja, ich habe ja keine 1000 Euro. So, jetzt bin ich hier gerade mal zur Militärbasis eingedrungen. So als Special sozusagen. Mal gucken, wie lange ich das überlebe. Hat sich ja auch viel getan. GTA 5 ist jetzt draußen. Oh, herrlich. So, jetzt muss ich nämlich mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Ohne abgeballert zu werden. In diesen Chat rein. Aber ich sehe schon, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das war nix. Und das bei meinem 2000 Abonnenten Spezial. Hammer. Nun ja. Wisst ihr? Bei 2000 Abonnenten ist es natürlich schon so, dass man inzwischen ja auch Real Life erkannt wird. Wisst ihr? Es ist so unglaublich schnell, dass man auf YouTube auf der Straße erkannt wird. Es geht so schnell. Wegen dem möchte ich noch jedem Nachwuchs-YouTuber sagen, überlegt euch wirklich gut, ob ihr das wirklich machen wollt, euch zum Beispiel Real Life zu zeigen, mit Facecam zu zeigen. Natürlich, wenn ihr noch eine überschaubare Aufrufzahl habt, 15, 20 Klicks pro Video, dann ist das noch kein Thema. Aber schon bei 100, 200 Views pro Video kann es schon tatsächlich vorkommen, dass ihr sehr oft erkannt werdet Real Life. Das ist bei mir so gewesen. Deshalb mache ich jetzt auch so ein Tuch von meinem Gesicht. Ich will jetzt die alten Videos auch nicht löschen. Es bringt nicht besonders viel, hat mal einer gesagt. Ich weiß. Aber naja. So ist das halt. 2000 Abonnenten. Wow. Ich bin immer noch wirklich baff, weil das wirklich eine Zahl ist, die es in sich hat, in meinen Augen. Dann würde ich noch gerne so eine Frage loswerden. Und zwar, wann hast du mich abonniert? Bei welchem Video hast du mich abonniert? Vielleicht weißt du das noch. Dann kannst du das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das würde ich gerne mal wissen. Das würde mich immer interessieren. Das würde nicht nur mich interessieren, das würde wahrscheinlich auch meine anderen Abonnenten interessieren. Bei welchem Video du mich abonniert hast? Ich habe verrückte Videos gemacht auf meinem Kanal. Ihr müsstet aber auch bedenken, dass ich damals, als ich mit YouTube angefangen habe, noch nicht diese geistige Reife hatte. Ich war einfach noch jung. Und heute merke ich schon, dass meine Knochen langsam wehtun. Ich bin durch die Ausbildung wirklich erwachsen geworden. Auf meinem Kanal kann man das relativ gut verfolgen, wo ich noch Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube. Komm auf, 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 bla 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 so geredet habe. Und heute ist das alles ein bisschen erwachsener bei mir. Wenn man das mal so sagen darf. Na gut, ich töte immer noch unschuldige Frauen, aber das ist ja eine andere Geschichte. Das sollte auch nochmal erzählt werden. So, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das Abo-Spezial hat euch gefallen. Ist mal ein bisschen anders. Oh, ich dachte, da wäre ein Tier in GTA Online. Das wäre ja der absolute Hammer. Tiere in GTA Online. Mach mir keine Angst. Naja, das war's. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein. Euer Jogames.com auf der Playstation 4. Tschau.